Ich bin wieder die Alte, die nichts anhat. Ja, willkommen bei Let's Play Guild Wars 2. Der Loft hat schon angefangen. Irgendwie fehlen die Texturen deiner Rüstung. Also bei mir, ich weiß nicht. Nö, ich hab Ketten. So, wir wollten anfangen in dieser Show-Folge. Wollen wir spoilern, was vielleicht passieren könnte? Nö. Wir kaufen uns Bücher. Natürlich, Bücher zum Lesen. Mal sehen, ob die Harry Potter hier haben. Bereit für eine Herausforderung. Shades of Grey, für dich nur Shades of Grey. Hast du überhaupt genug Kohle? 7 Gold, das mit der Bereiche. Ja, ja, stimmt. Du hast ja auch noch einen anderen Charakter. So, vor allem habe ich auf diesem hier wahrscheinlich mehr. Nee, du bist auf dem anderen. Hey, das ist auch beides gleich jetzt. So, alles jetzt eins. Ja, aber ich... Aber ich... Habe ich das jetzt gekauft? Hä? Das muss doppelt Klick drauf und dann besteht die Nummer. Ausbildungsbuch des Experten. Ich bin gar nicht in der Steuerung drin. Nee, ich auch nicht. Das wird lustig. Ich habe keine Ahnung, worauf ich skillen wollte. Ich habe schon zwölf Punkte oder so. Ja, ich habe nicht. Ich habe fünf. Ich weiß ja nicht, wo du zwölf Punkte her hast. Wenn es die erste Level 10 gibt. Aber bitte viel. Fertigkeitspunkt... Das wäre nicht auch egal, weil ab 20 muss ich sowieso wieder zurückgesetzt werden. Ja, den gucke ich mir vorher noch mal an, was ich brauche und dann... Ich setze erst mal alles auf Heilen. So, und ich habe noch Fertigkeiten für meine Slots. Ich werde erst mal besseren Heilskill für uns nehmen. Das erscheint mir besser. Weil da kann ich dich mitteilen. Und dann kann ich mir noch drei Fertigkeiten aussuchen. Heil! Rettet... Äh... Joa, scheiße. Was nehme ich? Wandel die Zwei-Stelle mit dem, glaube ich, Verteidigung. Teleportiert euch zu eurem Ziel und setzt eure Feinde in Brand. Und ja, ein anderer Weg. Ich glaube, Verteidigung und Stärke klingt ganz gut. Er schafft ein Feuer um euch herum, der Zustellgegner brennt zu fügt und Verbündete von Zuständen befreit. Wie ist das? Weiß ich nicht. Er zeugt ja noch ein Kombo-Feldfeuer. Also da könntest du dir mit deinem Fernkamp-Angriff noch Feuerschaden verursachen. Joa, hau ich mal rein. Das ist eine Verbesserung. Ich habe danach eh alle und dann hohe ich jetzt mal auf Verteidigung. 5 Punkte. So, jetzt habe ich Bonusrüstung. So, das wurde meine alten auch Tänkige, wird so ich befindig. Das ist ein Baum, den Hol ich mir. Was sagt denn die Täglichkeit? Auch Sammler, auch gordtisch. Rätsel, das uns rätselnösen, das gedreht zu zu lösen, und wir machen erst mal Dingsweiter. Scheiße, was nehme ich, das ist. Rätsellösen. Rätselrauben. Du weißt doch, erfolgliche Menschen sprechen über die Mundsure. mit R die TG setzt Feinde von Zuständen nämlich den Mann ich mache Jäger Blinden Möge der Rabe auf euch hinabkacken Hörn Ah, der Rabe lächelt heute auf euch hinab Ah, nee, doch Jo, gut gemacht Ich habe Gold gekriegt, und du? Ich Silber Irgendwie sind das neue Fragen, ne? Die haben die Fragen geändert Früher haben die mal andere Sachen gefragt Nö, ich hätte die gleichen Darum konnte ich auch so schnell beantworten Ich hätte ganz andere Das bist gar nicht du Ich bin gerade einer anderen hinterhergerannt Was? Du hast schon wieder eine andere So, wo ist eigentlich unsere Hauptquest gerade? Wir müssen nach Dings, okay? Ah, die ist noch ein Baum Ah, stirbt, du dreckiger Baum Was bringt das jetzt eigentlich? Keine Ahnung, es sind Ferien, Herr Justus, wir können wieder mehr aufnehmen Das ist mir noch gar nicht aufgefallen Oh, der Hirschte muss sterben Super, vor allem, was er für ein Geräusch macht Oh, er hat sogar was gedroppt Wo müssen wir eigentlich hin? Ich habe gar nicht auf die mehr guckt Also, ich laufe jetzt, weil Da ist noch Gras Also Das sind Kräuter? Ne Das sind Kräutersprössling Oh, denn? Ach, da Da Auf die mit der Spitze zu bearbeiten Das musst du gerade sagen Ja, ich glaube, irgendwas ist ein bisschen verpackt Seit dem Adventurebox-Update Allgemein Was habe ich in der zweiten Hand eigentlich? Achso, mein Streitkolben plus Schild Oh, in der Kombi muss ich immer noch was gucken Das ist doch kacke Voll dem Schild Streitkolben plus Schild Schild benutze ich kaum, weil Bringt mir auch nicht, dir irgendwie Verteidigung was zu verpassen Das war eine zu viel Oh, gut Oh, gut Oh, gut Da, da, dann, wir sind aber heute gesprächig, ne? Ja, na, auslaugende Woche, muss man einfach sagen, die Schule, schon heavy. Bereit für eine Herausforderung? Kann ich jetzt mit ihm sprechen? Mir? Ah, hi, Olaf Heiligschild, es ist euch also genungen, Schwerwind zu töten. Ja, und euren Stahl in sein Herz gestoßen, hier ist er bereit, geschmiedet zu werden, leckt mich doch am Arsch. Deine Mutti. Sei gepriesen, Mut und Macht und Bestie und dreimal das Vaterunser beten. Das schon wieder. Und, äh, klingt gut, danke, bei Größtach, geschlossen. Vor Jahren hab ich mal die große Jagd gewonnen, immer noch mehr, aber jetzt nicht mehr, jetzt bin ich zu doof. Äh, willst du sonst? Jetzt ist es Zeit, weiterzuziehen. Wieso schlägt meiner die ganze Zeit? Weiß ich nicht, da will ich mich besetzt. Hör auf, jetzt geht sie denn. Was ist denn los? Ich weiß nicht, du, zu viel Heroin? Das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. Weiß ich doch nicht, also die Attacke mit dem Feuerkreis hat mich, äh, nicht sehr beeindruckt. Ritterliche Intervention. Oh. Wie jetzt? Oh, jetzt. Was? Achso, wir müssen da oben mit der Alten sprechen. Lieber mich doch... Als ich zu Ochsenfortschneide. Ich will mich grad wegteleportieren, als ich das letzte Mal so besoffen war. Zu Osenfortscheide. Nicht zu Ochsenfortscheide. Schneide hab ich außerdem gelangt. Möchte ich auch schneide. Hä? Äh, ich kann... Ich... Ich... Ah, äh, äh... Da... Kuhu... Kuhu... Ich teleportieren, so. Äh, das hab ich auch gemacht. Also war... Das nicht so effizient, gerade. Nee, warte, wie ging das? Haar? Oh Gott, ich... Ich krieg die Steuerung gar nicht mehr auf die Reihe. Ja, ne? Das ist schlimm. Wir haben einfach zu lange... rumgearscht. Mit der Schule. Und ich finde, wir hätten das nie so ernst nehmen dürfen. Die Schule. Willst du eigentlich... Hab ich dir eigentlich die Selbstgeschmiedete für 15 geschickt, die Rüstung, weil... Ich bin stark! Aber, ich kann mir vorstellen, dass die eh nicht so imber ist. Äh, besser als das, was wir zurzeit noch kriegen. Leute. Ja, lass uns das mal weitermachen jetzt. Gut, äh, lass uns erstmal noch ein paar Jotun, äh, ich weiß nicht, ich mag die nicht. Du hast wieder was, du bist so rassistisch. Ich und rassistisch? Ich werde mich revanchieren! Auf die Fresse. Wo bist du eigentlich? Achso. Ich hab die Beute noch geholt, hab ich doch gesagt. Ich würde jetzt gerne meinen Skill ausprobieren. Oh, das ist geil. Oh, ich würde meinen Skill gerne ausprobieren. Nein, friss das! Zeig mal eigentlich, was kannst du mit deinem Gewatt. Ist das für ein Teil? Selbst zusammengebaut? Ja, aus Lego. Äh, dazu sag ich jetzt nichts. Erst Verteidigung, dann Angriff. Ja, das möchte ich natürlich mitmachen. Oh, der Letzte der Riesen. Könige. Was war das, der Letzte der... Riesenkönige. Nee, es gab noch sowieso andere davon. Weil ich hab noch was zu fressen, aber jetzt sich mir jetzt erstmal rein. Bisschen was... Eine Herausforderung weniger. Erstmal eine Fleischpastete. Erstmal... Achso, ich hab mich schon reingezogen. Was war denn das? Es gab irgendwie noch so einen berühmten Satz aus einem Film oder sowas. Der Letzte, der... Der Letzte, den beißen die Wunde? Nein. Können wir? Ja. Oh Gott, sie hat einen Gruß gemacht. Hier ist die Waffe, die Beigart geschmiedet hat. So leicht und doch so hart. Ein echtes Meisterwerk. Ich kann es kaum erwarten, die Waffe in Aktion zu erleben. Ich habe nie etwas Vergleichbares gesehen. Wenn ich die Augen schließe, kann ich den Schlag der Greifenflügel fast hören. Korak wird euch erliegen. Aber erst müssen wir seine Diener ausschalten. Garm spürt hier Verderbnis. Seid auf der Hut. Korak wird sterben. Und die gleiche Strafe erwartet alle von Jormaks Dienern. Oh, ich hab sterben gehört. Du nimmst immer sterben. Zweifel kann Helden schwächen. Aber ein tapferes Herz hilft euch stark zu sein, wenn der Zweifel wächst. Geht. Garm und ich werden direkt hinter euch sein. Hier am Ausgang und warten, bis ihr tot seid. Weil ich muss kurz meine Skills ordnen, weil ich glaube Rückzug ist kein guter Skill. Außer du willst Eges haben. Bleibstandhaft ist, glaube ich, besser. Hä, was hab ich denn jetzt für eine Waffe? WTF? Hast du auch eine Waffe? Hä? Nein. Weiß ich nicht. Ich hab, warte, was hab ich jetzt? Ich hab irgendwie eine Questwaffe angelegt. Warte mal. Ich habe keine Questwaffe. Ich kann nämlich das. Äh. Die Waffe scheint mir sehr imbar zu sein. Ja, weil ich irgendeine komische Windkacke. Huf, was ist hier los? Ach du Scheiße. Ich seh gar nichts mehr. Oh, erstmal ausnehmen hier. Hallo? Ausnehmen. 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 Alter. Ich bin so stark wie die Wehre. Ja. Ich krieg nämlich fast keine gerade. Weil ich vielleicht alles abtöte. Der Kleingeist, der an Jormark zweifelt, ist also zurückgekehrt. Seht mich an, Winzling. Der hat Textur. Und werdet der Macht eines Riesenkönigs gewahr. Ich sehe nichts weiter, als eine Kreatur, die ihre Seele und ihr Volk für Macht verkauft hat und in die Slaverei geraten ist. Ich werde euch in zwei reißen. Ich bekauf Jormarks Altar legen. Der Drache hält seine Abmachungen ein. Ich bin unbesiegbar. Die Jotun werden erneut über die Zittergipfel herrschen. Äh, was? Wir herrschen über die Zittergipfel. Oh, ich will die andere Waffe haben. Aua! Daraus zu fordern. Warte. Warte. Mach weiter. Er zeigt schon erste Anzeichen von Schwächen. Wir können nichts sagen. Lange kann er nicht mehr durchhalten. Sprecht über den Überlebens. Die Wurzeln überleben, ne? Hier gibt's kein Überlebens, wo ist der Ort? Ich glaube, wir haben den Quest falsch gelöst. Wieso? Weiß nicht, weil es keine Überlebenden gibt. Sprecht die. Ach, da draußen. Warte, war der Wurzeln wieder ausgerottet. Warte, sie würden aufgeben nach Koraks Tod, aber da kommen noch mehr. Der will ja nicht aufgeben. Seht ihr, was mit eurem Anführer geschehen ist? Das ist es, was einem der Drache bietet. Lügen, gebrochene Versprechen und Tod. Die Presse. Tod? Ich hab Brot gehört. Unser Stichwort. Korak hat sich für Macht verkauft und ist dafür in den Tod gegangen. Wollt ihr ihm folgen? Nein. Ja. Eines Tages werden wir wieder mächtig sein. Hast du auch die Gästen mit dem Finger gesehen? Sie waren einst ein stolzes Volk. Aber aus Stolz wurde Arroganz und aus Stärke Brutalität. Ich bete, dass wir diesen Weg nie gehen werden. Das werden wir nicht. Solange es Anführer wie euch gibt. Mich gibt. Ihr seid klug und beherzt, Bezwinger. Ihr habt das Zeug dazu, Großes zu erreichen. In Stein und Gesang verewigt zu werden. Von mir hat man einmal dasselbe gesagt, aber... Ich habe die Erwartungen nicht erfüllt. Aber meine Geschichte geht weiter. Ich kann euch beibringen, was ich von der Welt weiß und wie man sich ihren Gefahren stellt. Kommt wieder zu mir, wenn ihr Sorgen habt. Ich werde euch helfen. Es wäre mir eine Ehre. Auf ein Wiedersehen. Tschüss. Schrech nicht mit Ihnen. Das wäre unter unserer Würde. Du hast Würde? Das will ich sehen. Echt, ne? Der Hammer sieht gut aus. Ich bin es ja. Oh Gott. Juden! Ah! Juden? Was? Was? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe mich aber verstanden. Wollen wir noch mal rein und das ganze Kraut gedäut? Ich bin stark. Das sind Kartoffeln. Alles Kartoffeln. Hey, und? Du bist auch in der Kiste mit einem Veteran. Denn nicht. Oder doch. Da, 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 ich marschiere mit meinem... Oh Gott. Da oben schießen die Jotun, da unten töten wir. Hörscher aus den Scheiß. Ich werde mich revanchieren. Der Herr Loft haut hier wieder Parolen raus. Ja, wenn der Führer das wüsste. Das wird sich im nicht vorhandenen Grab. Links, rechts. Pull ich die auch noch.